Auch Schnaf kommt erst um 11, der wird streamen und Jorle streamt nicht. So, das Passwort ist das heutige Datum mit aufgefüllten Nullen, mit alle reinzukommen. Das ist der erste Test, die erste Qualifikation, um auf den Server zu kommen. Das heutige Datum mit aufgefüllten Nullen, also ist das Passwort achtstellig. Achtstelliges Passwort, heutige Datum ist dann die Grundvoraussetzung, um auf den Server zu kommen. Ich mach mich mal authentisch, ne, ist klar. Mach's dich mal authentisch? Mhm. Ja, mach dich mal authentisch. Wo soll ich denn spawnen? Der Strahl ist ab Level 35, okay, das ist ein bisschen. Ähm, ähm, Süden, ich bin mir jetzt nicht sicher, mit dem Süden in welche Richtung. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich könnte jetzt auswählen halt die South Zone 1, 2 oder 3. Hauptsache irgendwie Süden, oder? Nämlich die goldene Mitte. Ähm, pff, weiß jemand von euch, wie das mit Süden spawnen ist? Ist mir zu schwer, Diabo. Wo ist die Adresszeile des Browsers? Dort, wo du www eingibst. Ich weiß, wie man die nur zähmt, ja. Süden 3, okay, also muss Süden 3 spawnen. Okay, mach ich. Süd 3, jetzt kommt es überall, Süden 3. Und dann links im Wasser entlang. Bald wieder ein Klo, oh ja. Geh mal ganz kurz in die Rabatten. Server ist voll, jetzt schon. Oh, krass. Dann, tja. Das ist leider... So, ich geh mal ganz kurz in die Rabatten. Aber jetzt geht es mir wieder besser. So, ich hol dich mal ab. Ähm, wer das bei mir im Teamsweek ist, das ist die Jolle. Jo, hi. So. Mann, das läuft erstaunlich gut. Haus steht wieder, ja. Das läuft. Wem ist das richtig flüssig? Ähm, du kannst mal M drücken. Da gibt es jetzt so eine kleine Holzstecknadel, die anzeigt, wo man ist. Mhm, ich sehe es schon. Wo bist du denn? Ich bin südöstlich. Ganz im Südosten bin ich. Du kannst mir mal in der senkrechten die Zahlen sagen. Ähm, 80, 70 bin ich. Zwischen 80 und 70, das heißt so... Nee, also das ist ja Punkt 80, 70. Man sagt immer die erste, also... Waagerecht und senkrecht? Genau. Achso, ja, waagerecht, senkrecht, genau. 80, 70. Nee, warte. Das wäre Wasser. Warte, Quatsch. Ja, dann andersrum. Dann eben von dir aus 70, 80 so rum. Ich sag das immer andersrum, weißt du? 70, 80? 70, 80. 70, 80. Du sagst immer andersrum. Okay, ich weiß nicht, wie man es sagt. Du sagst, hast mir das ja gerade erzählt. Zipfel bin ich. Okay, dann finde ich dich. Dann bist du hier oben... Ist das so... Dan van Halen, dann stehst du... Steht da jemand schon bei dir? Nein. Nee. Also ich nehme immer die waagerechte Zahl als erstes, sozusagen. Das war dann... Die waagerechte? Können wir das nochmal machen, bitte? Okay. Also ich drücke M. Mhm. Waagerechte Zahl. Waagerechte Zahl. Mhm. Ist? 80. Mhm. Und senkrecht? Ach, ich bin bescheuert. Ach, Minja ist 70, 80 so rum. Erst X, dann Y, genau. Dann ist 70, 80. Ja. Ich habe Gehirnknoten. Macht doch nichts. Wo muss ich denn hin, damit ich dir entgegenkomme? Ähm, dir ist Wasser auf der rechten Seite. Das Wasser auf der rechten... Okay. Aber ich komme zu dir. Okay. Okay. Manchmal läuft es flüssig, dann ruckelt es wieder. Macht ja nicht. Boah. Ja, Skyline. Was jetzt? Siehst du andere Leute schon am Strand? Ja, da vorne sehe ich einen und ich habe hier eine Menge Lagerfeuer. Ihr rennt aber weg. Hallo. Was, was, was? Bist du schon weiter? Wo bist du denn jetzt aktuell? Nimm nochmal die Dings raus. Also mach nochmal M. Ja, das Wasser rechts. Warte. Jetzt bin ich... Du guckst aber auf den Holzsteck... Auf die Holzstecknadel und nicht das gelbe. Okay, alles klar. Was, du bist bei 74, 80. Ja. Warum sterben die hier alles? Es ist ein Survival-Spiel. 74, 80. Aber dann 82 oder sowas muss es ja sein. Ja, dann bist du an mir vorbei. Dann bist du an mir vorbei. Ja. Natürlich. Bleib jetzt ja am Strand. Siehst du jemanden laufen mit so einem Vieh? Der reitet. Nee. Auf welchem Vieh? So ein dickes Warzen-Gedöns. Wildkröte oder... Nee, so ein... Ich weiß nicht. Nein, der reitet drauf. Da muss jemand draufsetzen mit einem Sattel. Nee. Und du bist auf dem richtigen Server? Ich schreibe jetzt mal was im Chat. Ich bin natürlich gejoint, ja. Siehst du das? Ja. Ja. Ich bin da. Okay. Wollen wir mal, reitet da vorne einer? Das sind... Ah. Du siehst nicht ganz viele Leute, ja? Nein, ich sehe nicht ganz viele Leute. Am Zipfel der Map sagt Wacom-Treffen. Du siehst doch... Puh. Das hast du gerade gesagt. Du bist 74, 80. Dann bist du vor 80. Dann bist du wahrscheinlich auf der anderen Seite von der Bucht, oder? Du siehst so eine Bucht, oder? Auf der Map. Ja, da geht es rein. Es scheint irgendwie so ein Flusslauf zu sein. Noch habe ich ja nicht allzu viel aufgedacht. Du läufst als weiter, gell? Ja, aber diesmal hatte ich... Also ich bin jetzt fast an meinem alten Ort, bin ich quasi gerade vorbei. Nee, du hast das Wasser rechts von dir. Nee, ich hatte es jetzt gerade links von mir, weil du meintest... Du sollst das Wasser rechts von dir. Ja, ist ja gut. Ich glaube ja schon. Die ist weiter westlich. Ich laufe jetzt einfach mal Richtung Westen. Einfach am Strand entlang, bis ich jemanden sehe. Weiter westlich? Dabei bin ich doch schon da am Zipfel, weiß ich wo. Müssen wir schnell was trinken. Na gut, wenn ihr sagt. Ich laufe artig jetzt am Strand entlang. Ich muss mal unterwegs auch was zu essen besorgen. Ah, hier ist ein Flusslauf. Hier, genau. Hier geht es um Flusslauf ins Landesinnere rein. Da bin ich jetzt gerade. Ach so. Das ist ja schön. Dann bin ich weiter östlich von dir. Musst du doch an den Leuten vorbeigelaufen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die laufen ganz viele Leute rum. Ich bin ja hier gerade mal drei Meter gelaufen, deswegen... Also beim Flusslauf. Also bei mir sieht die Karte so aus, als hätte ich... Also sieht da unten so aus, wie so eine Brust halt. Ja, ja, ja. Läufst du gerade bis Wasser? Nein. Du hast ja... Nee, ich bin am Strand. Nochmal, waagerecht ist die linke Spalte, ja? Ganz links. Hier sind noch andere. Warte mal, die lade ich mal ein. Wieso? Wieso waagerecht? Ja, ja. Gottchen. Kannst du mich einladen, bitte? Nee, du verwirrst mich. Warte mal, ich muss noch jemanden einladen. Waage, waage. Also von links nach rechts und senkrecht. Guck mal, du hast... Linke Seite hast du Zahlen und unten hast du Zahlen. Ja, ja. Kann man uns darauf einigen? Ja, ja. Okay, linke Seite, auf welcher Höhe bist du da? 80. Kannst du mal bitte nochmal machen? Alter, was ist die Stimme? 80, 70 denn. 80, 70, da bist du wesentlich weiter links. Alles klar, okay. Kannst du nochmal machen. Was ist mit der Stimme? Okay. Ist aber sehr jung. Kannst du bitte nochmal machen? So. Was? Wer ist sehr jung? Der, der mich gerade anspricht. Minderst ist jung. So, ich laufe jetzt erstmal am Strand entlang und versuche dich zu finden. Alter, ist ja ein Spucker. Okay. Ja. Da ist auch einer. Ich will da jetzt nicht lang. Also direkt am Wasser läufst du dann lang. Ja. Was? Siehst du mich? Nee, da ist auch einer. Karne ist es bei mir. Okay. Moin. Ist Jolle auch im Alliance-Netzwerk? Ja. Kill him. Nee, 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 nee. Nein, wir töten hier doch keine Leute. Der ganze Boden wackelt hier. In Schutz hast du Kinder? Nein. Nichts von denen, den ich weiß. Oh, hier kommt irgendwie eine Musik, eine Aufgeregte. Greift mich irgendwas an? Nee. Sag mal, von welcher Seite kommst du denn jetzt? Aus dem Osten? Aus dem Osten? Äh, was hast du gesagt? Entschuldige. Aus dem Osten? Ja, nee, ich meinte ihn im Game. Äh, was? Ich war hungrer. Ja, ja, ich sehe das. Ja, ich weiß. Ich weiß gerade. Ja, ja. Ja, Minyas findet mich schon. Wo ist denn der Dino hin? Oh, da ist er noch. Aber danke dir. Oh, der Server läuft echt nicht gut. Also, ich finde es gar nicht so schlecht. Nee, ich habe... Ist besser als den Simplayer. Okay, ich habe ihn. Dino kann sich entscheiden, wie er... Dino, alles gut? Okay. Nein, kein... Kein Fleisch drin gehabt. Oh, ich kotze. Nee, ich muss... Warte, warte. So, jetzt geht's. Oh, ich habe den... Ja, Chuck Norris Handkantenschlag habe ich. Ein Dodo. Ein potenzielles Futtertier. Muss man mal ganz kurz... Oh, der hat Boost Mated. Wo hat er seinen Kumpel? Level 8. Ist mir jetzt egal. So, was kann ich denn schon mal machen hier? Mich mal finden. Den Strand entlang laufen. Ich bin direkt am Wasser. Ja, es ist gut, dass du mir entgegenkommst. Ich finde das ja nett. Da vorne läuft da auch noch jemand. Das kann ja nicht sein. Wo sind denn... Wo bist du denn hin, Frau? Ich sehe hier ganz artig und warte auf meinen... Apola. So, mal schnell was zum Essen machen. Okay. Mache ich mir erst mal ein Lagerfeuer, weil... Sonst verhung ich hier... Wir sind hier gestorben. Ganz ruhig wurde da gerade ein Dodo niedergebetzelt. Habe ich Fleisch rausbekommen? Ja, geil. Sechs Raw Meat. Kann ich aber nicht. Take all. Willst du mir denn was ab, wenn du hier bist? Ähm... Gute Frage. So. Wir machen jetzt erstmal ein Feuer. Ne, da vorne ist noch ein Spucker. Ich muss jetzt erstmal mein Fleisch braten. Mackie Messer, es tut mir wirklich leid, aber ich habe heute Hunger. Ich brauchte das Geld, verstehst du? Scheiße, Campfire. Was brauchen wir denn noch? Patch. Patch kriege ich, glaube ich, auch aus dem Baum, wenn ich mir der Spitzhacke draufschlage. Ne, ein Baum da drüben. Aber er laggt ein bisschen deshalb. Der hat nur gepennt, ist mir egal, ich hatte Hunger. Mord am Strand. DSI. So. Einer, der vermutlich gerade geholfen hat, die Base zu bauen. Also Mackie Messers, tut mir leid, aber es ging um Leben und Tod. Es geht um die Rettung der Joll. Ein Fall für Mord ist ihr Hobby. Warte mal, ich komme mal wieder zum Strand, ne? Weil ich bin hier schon, schon Acker machen und tun, wie sie es gehört. Wir werden uns nicht finden. Ich weiß es. Ja, ich habe mich keinen Meter bewegt. Wir werden alle sterben. So. Klaus. Tut mir leid, ich habe hier Dodos. Die kann ich platt machen. Ich muss mir jetzt erstmal was braten. So, neunmal Fleisch rein. 14 mal Holz. Light my fire. Mord ist ihr Hobby, aber eine coole Serie. Findet Jolle. Ja, Hashtag findet Jolle. Hashtag findet Jolle, genau. Ach, diese doofe Konsole. Kann man sich das jetzt langsam mal umlegen hier? Auf Tab oder so? Inventarmäßig? Ne, ne? Genau. Pass mal auf, Jolle. Ich brate während ich das Fleisch brate. Mach ich mal meinen... Kannst du mal meinen Stream aufmachen? Ich mache mal meine Map auf. Ach so. Ja, warte. Muss ich auch kurz raus. Das ist schon so. Jeder Busch gibt Bären und du hast in ein paar Sekunden... Ein paar Sekunden... Ach so, ja, ja, klar. Bären essen, das stimmt schon. Nutze ich auch mal die Zeit und trinke was? Ich schaue dir zu. Ja, du bist... Du musst weiter nach links laufen. Also nach Westen. Ja, dann ist ja alles gut. Warte jetzt nur kurz. Dann lauf du doch mal weiter nach Osten. Derweil. Ich soll... Muss skillen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ich hätte gerne mehr... Und wir leveln. Was leveln wir dann? Mache ich die Zwille auf jeden Fall. Und... Blood Extraction. Ey, das ist alles zu schwierig. Eine Flagge. Warum ist denn Miki... Warum können denn Menschen bewusstlos werden? Reins, sieh auf. Ein Sattel, oder? Learned. Peridus Sattel. Den hab ich schon gelernt. Der ist ja einfach ein Strand. Frechheit. Ich leine jetzt einfach hier mal Narkotiks. Das kann gar nicht mal so schlecht sein. Und die fünf Punkte heben wir uns auf. Was? Oh, mein Magen ist sowas von leer. Oh, schon dreimal Fleisch. Geh mal weg. Ich habe einen Sonnenauftrag. Genau. Finde Minjas. Finde Minjas. Finde Yorle. Hashtag Finde Minjas. So, ich esse jetzt erstmal dreimal Fleisch. So, da vorne muss sie irgendwo sein. Hallo, Hidden, Hidden, der Vogel. Narkotiks. Also, ich weiß, dass man diese Brüchte brauche. Ich muss mal hier ganz kurz in die Ecke. Aber ein bisschen weg vom Essen. Das ist sonst unhygienisch. Dass man in Richtung... Du musst hier irgendwo sein. Dass man die Viecher... Ich bin... Ich habe ein Feuer ein bisschen Richtung Steine. Komm mal zum Strand. Du musst hier sein. Ich stehe am Strand. Also, da kannst du rübergucken. So, jetzt bin ich auch langsam wieder satt. Jetzt warte ich noch, bis der Rest durchgebraten ist. Hier liegt hier noch ein Dings. Warum nimmt der denn keiner aus? Oder ist der nur betäubt? Ach, der ist betäubt. Der soll gezähmt werden. Ich hätte schon was geschlachtet. Ich verhungere hier gleich. Ich muss mir aber kurz Bären hier besorgen. Ja. Machen wir kurz mal eine Wasserschläuche voll. Krieg ja nichts von dir. Doch. Ich bin zum Vorbereiten. Ich stehe schon in der Küche. Okay, was habe ich eingesammelt? TintoBerrys, klar. Der Server ist voll. Ja, der hat nur leider 50 Plätze. So, wie lange gehen die, bis sie kaputt sind? Steht leider drunter. Das ist auch echt uncool gemacht. Jetzt gucke ich mal hier oben. Willkommen bei den Synapsen. Willkommen im Kollektiv. Crazy Alien 84 just subscribed. Willkommen bei den Synapsen, mein Lieber. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, du hast rechtzeitig eingeschaltet. Bitte? Anscheinend bin ich gerade über den Horizont gelaufen. Also irgendwie bin ich an dir vorbei. What? Du hast niemanden gesehen, der am Feuer steht und lecker schnitzelt? Wenn du nicht am Strand warst, dann... Nö. Okay, ich mache nochmal die Karte auf. Only for you. Especially for you. Oh, ich drehe mich mal ein bisschen so. Thank you very much. Das... So, jetzt kann man es besser lesen. Nice. Du hast einen Triceran, Tops? Aha. Siehst du es? Ja, warte. Wir haben ja noch ein Stück. Ah, okay. Jetzt hast du es, ja? Mhm. Gut, mache ich dazu. Ja, ich muss noch ein Stück weiter... Hast du Hunger? Im Feuer ist Fleisch. Hey, kannst du mich nur mal entweiten? Jetzt futtert er mein Fleisch. Von wegen, ich kriege was, ja. Unglaublich. Ey, ich bin am Braten für dich. Ja, hat geklappt. Hat funktioniert, bist wieder grün. Ich muss ja hier durch den heißen Sand und so laufen. Guck dir mal, wie die Sonne knallt. Super, ich danke dir. Und viel Glück bei der Suche. Dankeschön, aber Trampeltier finde ich unverschämt. Trampeltier? War ein Witz. Du hast Dank dir gesagt und ich habe Trampeltier. Egal. War eben total entsetzt. So. Jolla, wo bist du? Bist du weiter Richtung Ost oder... Ja, ich genehmige mir gerade ein Bad. Oh, schön. Okay. Ich könnte jetzt auch mal baden. Gerade mal so. Was? 1690 Zuschauer. Wo kommt ihr denn alle her? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr keinen Fußball schaut. Oder vielleicht parallel. Was? Wo? Ja, alle. Ja, alle. Voll in... Oh, das ist super. Du hast aber schöne Augen. Warte kurz. Ich muss nur kurz. Ah, dein Gesicht. Ich habe es gar nicht mehr. Okay, warte, ich lade dich ein. So. Jetzt musst du praktisch auf mich schauen. E festhalten. Und da steht irgendwo Accept. Accept. Boah, ich bin erschlagen. Ich habe mir gedacht, ich bleibe authentisch oder so. Ja, wunderbar. Ja, ist gut. Ist nicht schlecht. So, Stream. Das tut mich ja zu Ende. Ich muss mit y'all ein bisschen spielen. Ah, ich habe Fleisch für dich. Komm mal her. Bist du satt? Ja, bitte, bitte, bitte. Genau. In Rachen direkt. Wo du... Rein damit. Ja, da. Okay, pass auf. Ich werfe das mal hin. Und zwar... Zack. Und zwei Drop-Item. So. Liegt am Boden. Frisch verpackt. In einer richtig großen Kiste. Gib her. Cook meat. Ach, das ist der Busen. Ich dachte, das wären die Augen. Ich bin ja auch. Hot. Ja, genau. Oh, lecker. Wenn das Frauchen sieht. Nein, nein. Du siehst aber auch jetzt nicht so schlecht aus, ne? Bist auch frau gebrannt. Danke. Danke. So, alles aufgegessen. Ich habe schon Sachen. Guck's dir an. Ich guck mal ganz kurz, ob ich dir Klamotten machen kann. Eigentlich müsste ich genügend Fiber mit dabei. Gefall ich dir nicht, wenn ich nackt bin. Doch. Alles super. Aber du weißt. Ähm, warte mal. Du kriegst von mir was Wichtiges. Nämlich gegen die Hitze. Ist echt der, ähm, der, der Head, also der Hut, ist der gegen Hitze? Nein. Und du kriegst nicht nur nicht wichtigen Items. So. Die Rolle braucht keine Sachen. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. So, dann mal. Ja, ich habe gerade fertig gezimmert. Äh, Drop Item. Achso. Drop Item. Gib her. Und du kriegst, ich kann ja so rumlaufen, äh, du kriegst das hier von mir. Ist schon ein bisschen getragen, aber immer noch gut. So. Ich will ja nur angeben hier mit seinen Muskeln. Na klar, Baby. Zieh dich an. Ah, warte, hier ist noch mehr. Genau. Und ein Shirt. Du willst wirklich das Shirt anziehen? Ah, die Hose nicht, ja? Okay. Ne, das geht so. Wunderbar. Das geht so. Das ist super. Was steht da, Leute? Was steht da? Gut. So. Guck mal, hier wird gekämpft. Wo wird gekämpft? Oh, da. Also, oh. War das ein feinem Bogen? Ah, ne, Zwille. Zwille kann ich eigentlich auch. Müsste ich eigentlich mal eine craften. Ich könnte auch mal mithelfen. Da kenne ich dich auch wenigstens hier. Wow. Ihr weh jetzt natürlich auf mich, ne? Ja, ich hau auf den Arsch. Oh. Und. Schildkröte schlägt zurück. Komm her. Braucht bitte nicht Auer machen hier. Ja, sie hat an mir gesnackt. Oh, sie ist tot. Ich nenne mir die Jacinda. Ja, ich weiß nicht, ob sie betäubt werden soll. Ach so. Sie ist betäubt. Warte mal. Ich glaube, die wollen die erzählen. Ja, tame. Ne, sieht nicht so aus. Ne, sieht irgendwie nicht so aus. Ne. Gut, komm drauf, dann. Einfach drauf. Oder doch? Ist getamed. Yeah. Hallo, gibt das Fee auch mal was? Hallo. Yeah. Also ich muss mal ganz kurz hier diesen Chat kleiner machen, weil ich hab schon eben wieder in den Chat reingeklickt. Mach mit dem Mann hier. Ich muss den hier oben lassen. Ich hab Fleisch, Minjas. Sehr geil. Lass uns zurückziehen. Fleisch. Na komm. Dann. Komm. Ist der Raptor getamed? Oh. Nein. Och, hab ich mich erschrocken. Dieser Spucker, der hat mich. Oh. Ich geh mir mal schnell die Grütze abwaschen. Was macht der jetzt? Boxe den? Oder? Sollen wir denen helfen? Sollen wir denen helfen, den zu erschlagen? Ja, mach, wenn du möchtest. Ich sehe grad nichts, weil der mich angespuckt hat. Ne. Was ist denn hier los? Das leckt hin und her. Also das mit dem Server ist wirklich schwierig. Ja, es leckt. Es leckt grad. Er will ihn teilen. Okay, dann boxe ihn auf die Nase. Eine Zwille funktioniert grad nicht. Ja, das ist der Server, glaub ich. Der spinnt ein bisschen rum. Ich lern mal derweil die Hose, ne? Ich krieg ja hier nix besseres. Ja. Ja. Mhm. Soll ich neu was lernen? Das kämpfen wir ja? Klar. Ja, Server spinnt schon wieder rum. Welchen Treiber ich aktuell spiele? Ich lern eine Ahnung. Ich glaub den neuesten. Ja. So, ich geh mal ins Feuer und mach mal hier das Fleisch rein. Die zwei, bevor es verschimmelt. Ich hab übrigens noch drei Fleisch dabei, was in 14 Minuten kapott ist. Also wenn du Hunger hast. Ja, reich mal rüber so ein Schenkelchen, bitte. Moment. Ich komm mal. Ich komm mal zum Lagerfeuer, das ist am besten. Äh, es ist ausgebrannt. Nein. Ich muss hier Holz reinmachen. Moment. Ich, äh, werde das mal hier teilen und dann kriegst du zwei davon. Oh, das ist ja lieb. Und ich zieh mir das eine rein. So. Was, Hirnstutz? Farm dir schon mal das Metall? Brauchst du auch irgendwann? Ähm. Wo krieg ich das Metall her? Wo krieg ich das Metall her? Das war doch irgendwo in der Höhle oder was? Oder im Vulkan? Das geht nicht mit dem Chat. Ich muss leider in den Chat irgendwie... Keine Ahnung, wo mach ich das Ding hin? Ich muss den leider ausmachen hier. Also nicht den Chat grundlegend, sondern ich muss halt hier rüber gucken. Was sagt Serendib diese zu? Zu was sagt Serendib ihr was? Dass ich hier wahrscheinlich so rumlaufe. Also wir sind ja beide alt genug und wissen ja, dass wir Spiel und Ernst unterscheiden können. Von daher gar nichts. Genau. Ja, dann nochmal einladen. Wieso bin ich nicht drin? Was, bist du nicht mehr in der Gruppe? Weiß ich nicht. Ich kann damit ja... Ich kann es ja nicht einsehen. Komm doch mal zum Lagerfeuer. Doch, doch. Wenn du Tab drückst. Ja. Warte. Bin da. Stimmt, du bist raus. Warum das? Warte mal, ich lade dich nochmal ein. Also E auf mich draufhalten und dann müsstest du in dem Kreis sehen... Accept. Accept. Bedöns. Ja, ich bin da drin. Bist du auf jeden Fall drin. Alles gut. Oh, da fliegt ein Stein. Da fliegen mehrere Steine. Ja. Der Master himself. Sehr gut. Wer wird denn noch alles mit dir arg zocken? Also im Livestream kommt heute Abend noch der Schlaf dazu. Grundlegend für das Let's Play habe ich noch gar keine Vorstellung. Ich habe bis jetzt kein Let's Play gestartet. Und dann muss ich auch nochmal überlegen, wie ich das mache. Weil im Moment ist ja das Risiko groß genug, dass die Server geweibt... Hier fliegen Felsen rum. Dass die Server geweibt werden. Bekommst du Metal vom Vulkan mitten auf der Insel? Da sollten wir mal hingehen. Oh, fast 1200 Zuschauer. Wahnsinn. 1160 Zuschauer. Hallo zusammen da draußen. Pass auf, ich gebe dir mal einen Wasserschlauch. Wo bist du denn? Ich gucke hier bei den... Ich wollte mir ein Höschen machen. Hast du noch Heid? Ja, wie viel? Neun. Neun, die gib mir mal bitte. Dann mache ich uns nämlich Wasserschläuche zu. Und dann besorge ich uns noch ein bisschen Fiber. Kommst du zu mir oder... Ich weiß nicht, wo du bist. Ich gucke hier am Schildkrötensaurier rum. Wie heißt denn der eigentlich? An dem... Ah, da bist du ja, alles klar. Ah, hier, warte. Ups. Dann gehen wir nämlich mal ins Landesinnere. Machen uns ein paar Wasserschläuche. Und ein bisschen was zum Essen besorgen wir uns unterwegs. So, neunmal Heid. Ich gucke mal ganz kurz. Wir brauchen noch ein bisschen Fiber. Fiber kriege ich aus Pflanzen. Dann lass uns mal hier ganz kurz Pflanzen sammeln. Also du musst einfach keine Waffe in der Hand haben. Ja, ich weiß. Das weiß ich. Ich habe einen gezähmten Triceratops zu Hause. Ja, mein Herr. Ah, entschuldigen Sie bitte, junge Frau. Ich kann ihn bloß noch nicht reiten. Kannst du dir gar mal Befehl für die Nachbarn, wenn du mir sagst, wie ich die Konsole aufkriege? Ich glaube, das haben die umgelegt. Warte mal, ich glaube, ich habe es hier auf Circumflex, oder? Wie war das mit Gamma oder sowas? Gamma 3 oder sowas? Ich probiere das mal. Oh, da ist noch ein Tilt dabei. Gamma 1, 2, 3 war das doch, oder? Gamma 3. Ah ja, dann ist Hella. Und Gamma 1. In die Konsole? Oh, Gamma 1 ist noch dunkler. Was ist denn wieder der Standard? Das ist ja bestimmt nicht der Standard. Das ist ja voll dunkler, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus, so ein bisschen dunkler. Ja, ich finde das nämlich auch ziemlich hell. Wenn du mir sagst, wie es geht, würde ich das auch gerne mal machen. Ähm, Circumflex nochmal auf Tab. Also ich habe es auf Circumflex gelegt, die Konsole. Ja, in der Konsole bin ich. Was muss ich angeben, um das... Gamma 1, 2, 3, so meine ich. Gamma 1. Gamma 1 wäre ein bisschen dunkler. Hm, ich sehe keinen Unterschied. Ist das mit Leerzeichen oder einfach nur Gamma? Ja, mit Leerzeichen. Okay. So, ich gucke jetzt mal, ob ich uns die Wasserschläuche machen kann und dann gehen wir uns... Oh, super. Das sieht viel, viel besser aus. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schnaf. Hallo. Ich hoffe, du kommst auf den Server. Ich glaube schon. Das könnte jetzt wieder Probleme geben. Okay. Wenn du das Passwort geändert hast, schicke ich dir mal. Oder hast du es schon bekommen? Das wäre sehr, sehr nett. In dein? Nee, glaub nicht. Aber ich befürchte, du kommst nicht drauf. Du musst keine Angst haben in dir. Naja, mit der Weißlist funktioniert nicht. Das ist das Problem. Deswegen mussten wir den Server auch neu starten. Das war nichts wegen Performance, sondern... Also ich konnte jetzt nur einen Wasserschlauch machen. Wir brauchen noch mehr. Ja, ich schalte jetzt auch mal bei mir direkt live. Ja. Und viel lange zipp uns ab. Mal den Frost draus machen. Moment. Wer ist denn da noch? Die Jorle. Jorle. Guten Tag, Jorle. Hallo, ich bin der, äh, Mathis. Hey, Mathis. Die Schnafi. Hallo. Hallo, Synapsen. Du bist live, ne? Ich bin live, ja. Hallo, Synapsen. Geilen Typen. Tausendein, Synapsen. Und Nasen sind online gerade. Oh, Bär. Sehr nice. Geht nicht weg. Weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Die gucken anscheinend alle keinen Fußball. Oder sie gucken Parallelfußball, was natürlich die perfekte Lösung wäre. Ähm, Jorle. Oder sie denken, du wärst Fußball. Ich bin jetzt zivilisiert angezogen. Ja, stehst du noch hier rum? Ich stehe hier direkt hinter dir. Jetzt hast du auch eine Hose an. Das ist ja natürlich blöd. Komm mit. So, ich schalte mal hier die Sendung an. Ich hoffe, du kommst auf den Server. Wir müssen uns überlegen. Also, wir hatten schon zwischenzeitlich überlegt, ob wir auf den anderen Server gehen. Aber wir gucken mal. Leider war es so, dass der sowas von überfüllt ist. Ich muss nochmal ins Meer springen. Kommst du mit? Oh, oh, oh. Was geht da? Ich muss sofort online kommen. So, ich bin sofort da. Bis gleich. So, warte. Ich hole noch ein bisschen Halt. Und dann... Morgen, morgen, morgen. Ich wink einfach jetzt mal so in die Runde. Und sag Hallo. Hallo, hallo. Dudes. Oh, hallo. Ja. Ich hab mich jetzt eingeklinkt schon beim Minyas. Und bei der lieben Jorle. Die mit Minyas hier gerade schon spielt. Genau. Und da kommen auch schon die ersten Hallos. Grüßt euch, grüßt euch. Ich wink einfach mal so rein. Ohne großes Intro, ohne Musik. Jorle? Ja, ich seh grad mein Inventar nicht, weil der Dino hier so... Ihr nehmt mal auf den Boden auf. Boden, es ruckelt alles. Boah, es zittert. Boden. Junge. Ja, ich hab's. Okay, dann füllen wir deine Wasserschläuche auf. Oh, du hast mir gleich zwei gemacht. Ja, für den längeren Weg. Wir wollen ja ins Zentrum der Stadt. Wir müssen jetzt gucken, ob Schnaf dazukommt. Dann müssen wir uns was überlegen, wie wir das machen, wenn Schnaf nicht reinkommt. Jetzt habt ihr aber Ton, ne? Wir haben keinen Ton. Ja, aber die Dudes nicht, die sind schon ganz traurig. Schnaf ist stumm. Ich gucke mal, ob ich reinkomme. Nicht tauchen, Jorle, nur hinstellen ins Wasser und dann die Zahl drücken, wenn du es auf der Leiste unten liegen hast. Ah. Bis es blau ist, der Balken. Es bleibt auch nur so ein kleiner, schmaler, blauer Balken, oder? Ja. Ja, dann sind sie anscheinend voll. Also unten so. Ja, der Server ist voll, auf jeden Fall. Also, ähm. Tja. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir machen. Also, ich hätte einen Vorschlag. Wir könnten auf einen anderen... Hi. Hi. Wir könnten auf einen anderen Server gehen, weil ich glaube, wir werden das Problem immer haben. Oder wir müssen jetzt noch ein letztes Mal neu starten. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Die Welt ist ja unfair, dreckig und feige und gemein. Ja. Boah. Also, wir haben halt das... Wir werden immer wieder in das Problem laufen, solange es mit den reservierten Plätzen nicht funktioniert. Ja. Also, um da mal Klarheit reinzubringen, auch hier drüben, grüßt euch erstmal alle. Der Server, wo wir drauf sind, ist normalerweise so gedacht, dass Minjas und ich zumindestens gewhitelistet sind. Das heißt, wir kommen eigentlich immer on top rein. Das funktioniert leider noch nicht. Ja. Dementsprechend sind wir ein wenig... Gucken wir ein wenig komisch. Ungefähr so. Also, im Chat kommt... Wir sollen auf einen anderen Server gehen. So. Ähm. Wacom, könntest du mir mal eine PN schicken mit der anderen Server-IP? Der sollte ja schon laufen. Beziehungsweise einen anderen Server-Port. Dann könnten wir rein theoretisch auf den anderen gehen. Weil ich find's einfach doof, den Server ständig zu stoppen und zu starten, wenn die anderen hier so fleißig drauf spielen wollen. Ganz genau. Ja, und deshalb, also, das müssen wir und werden wir noch klären, dass wir da irgendwie gewhitelistet werden. Genau. Joll ist auch YouTuberin, genau. Slash hatte von hin mal den Link geschickt. Oh, das Schild, das muss ich leeren. So. Gucken, ob War kommt. Ich geh mal ganz kurz. Noch nichts geschickt, nee. Andere Server. Andere Server, ja. Wir sollten auf einen anderen Server gehen. Ich müsste nur jemanden zum Admin machen. Da müssen wir ganz kurz... Hier würde mir einer Platz machen, wird gerade geschrieben. Der Dean van Hellen würde mir Platz machen. Also einer der Nasen würde freiwillig gehen. Aber es sind aber viele in der Warteschleife, habe ich schon gelesen. Und das ist das Problem. Das würde wahrscheinlich nicht reichen. Außer, ihr geht alle mal ganz kurz raus. Sonst kann Schnafi nicht spielen. Aber das ist dem Synapsen wahrscheinlich egal. Ihr wollt doch, dass Schnafi spielen darf, ne? Wollt ihr, dass Schnafi traurig ist? Ja. Kann Schnafi nicht streamen. Anderer Server kommt bei mir, ne? Ja, aber mir haben sie es auch schon geschrieben und, ja. Hätte ich auch für vernünftig. Hier geht jetzt erstmal um einen anderen Server, oder? Würde, würde ja meinen anbieten. Du, Kamin, ein neuer Server ist nicht das Problem. Wir haben, wir haben, wir haben einen anderen Server. Ja. Oder genau, Warcom könnte mir die IP auch über Teamspeak, Quatsch, Team schicken, wenn Warcom zuguckt. Ja, Schnafi soll spielen. Ja, Schnafi. Oh, Maverick hat gleich Geburtstag. Was schenke ich dir? Mein schönstes Lächeln. Habe ich das? Ich habe doch nichts. Was soll ich euch verschenken hier? Können wir eine Flöhe haben, Könnt ihr? Auf jeden Fall unsere ganze Zeit. Ein Arme ist mit Jolle, unbekannterweise. Ich kenne sie ja nicht, aber sie klingt sehr, sehr sympathisch. Aber ich glaube, sie möchte auch nicht. Jolle, dreh dich mal um. Da hinter uns ist so ein Strahl oben. So ein weißer, da sollten wir mal hinlaufen. Mach das Mädchen lauter. Ja, komm, lass den laufen. Wir sind schon wieder, so weit. Ich kriege ja schon wieder die Aufforderung. Ist alles egal. Hauptsache, mach das Mädchen lauter. Ja, ich mach Minjas leise. Mute Minjas. Mädchen ist auch gut. Der Mädchen ist vor allen Dingen, das ist respektlos. Ist schon 30 Jahre her. Oh, jetzt wird's. Wir müssen leider alle offline gehen jetzt. Wir müssen ja erstmal ein paar Sachen klären. Dutz, mach das Mädchen lauter. Aber ich glaube, da sind schon andere dran, oder? Egal, die schubsen mal weg, komm. Ein Drachenbost, den muss man ja beirufen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Einfach müssen du viel schneller als ich. Schnaf, kannst du mal probieren, auf den Server zu connecten? Vielleicht hat ja mittlerweile jemand Erbarmen gehabt, aber ich glaube nicht. Ich gucke mal. Ist ja bekannt, dass sie mich alle hassen. Bist du noch dran? Ich bin an dir dran. Wunderbar. Lauf. Versuch's mal. Ich bin erschöpft. Warte kurz. Ich kann nicht mehr. Ich warte auch, ich bin auch erschöpft. Jetzt mache ich das Mädchen aber mal wieder ein bisschen leise. Die ist jetzt ganz laut. Jo, das tut mir leid, aber ich muss mal ganz kurz. Komm mir nicht zu nah. Nein. So was ist... Oh, nee. Ja. Bitte. Ist nicht sehr ladylike, aber... Peinlich, peinlich. Also, so was würde mir ja nie passieren. Was ist mit dem Server? Wie gut da... Wie jeder guter Server oder wie jedes gute Spiel haben auch wir unsere Kinderkrankheiten. Der Neustart wäre einfacher, kommt gerade. Da. Wir gucken mal. Nee, Warcom schreibt das. Ach so. Hm. Warcom schreibt gerade, der Neustart wäre einfacher. Pass auf, Minja. Du bist der Schild. Wir machen das mit dem Neustart. Wir brauchen aber ein neues Kennwort. Warten mal ganz kurz. Okay, ganz kurz. Ganz kurz. Kleinen Moment mal bitte. Ganz kleinen Moment. Wir machen das mit dem Neustart. Das ist der einfachste Weg, oder? Tut mir aber wirklich leid für die, die jetzt mitspielen, aber... Oh, da werden gerade x Leute gekillt von der Meldung. Ja. Ganz kurz mal. Bin gleich wieder da. Kleinen Moment bitte. Ja, ja. Das klappt schon. Also, die Rolle. Ja.